Wir wollen noch einmal schalten nach Kansas City zu Mitya Lafayre und seiner prominenten Unterstützung. Das ist in dem Fall aber nicht Markus Kuhn, Mitya. Nee, das ist nicht Markus Kuhn, es ist eine Nummer kleiner. Das ist Marc Forster. Hallo. Was zur Hölle machst du denn hier? Ja, was mach ich hier? Ich mach Tailgating, ich bin hier das NFL Opening Game, Alter, ich bin am Start. Marc ist am Start, wir sind es auch. Vor ein paar Monaten hast du im Ausverkauf die Betzenberg gespielt, auf dem Betzenberg, da im Heimatstadion. Wie ist das hier im Vergleich? Ja, ganz schön leise, muss ich sagen. Ich meine, die sagen hier frecherweise, sie werden das lauteste Stadion der Welt, aber wir wissen natürlich alle, dass das Quatsch ist, dass das eigentlich das für zweiter Stadion Kaislautern ist. Nichtsdestotrotz laut, das muss ich schon zugeben. Es ist schon nicht verkehrt und ich hab dir noch was mitgebracht und zwar den Super Bowl Ring von letztem Jahr, den kann man hier sogar aufklappen. Und da ist doch das Stadion aus Phoenix drin. Ich bringe ihn gleich mal zu euch, Leute. Darf man den anziehen oder kriegt den? Hier stehen 10 Securities, da müssen wir sehr aufpassen. Ich würde Ihnen noch einmal den Zuschauern zeigen, wir können nämlich nicht ran. Darf ich mal zeigen? Machst du das, vielen Dank. Ist ganz hübsch, ne, das Gerät. Aber funkelt ganz schön, du. Soll ich nochmal aufklappen? Klapp nochmal auf, das Ding. So, da ist er. Nicht schlecht. Ist schwer auch, ne? Ist, glaube ich, auch ein bisschen was wert. Sehr schwer, sehr teuer. Ich hab mir sagen lassen, je nach Ausführung, ob Mitarbeiter oder Spieler, irgendwas zwischen 50.000 und 500.000. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Die Amis, ihr wisst es, übertreiben leicht in Rolle. So wie hier zum Beispiel. Und deswegen würde ich sagen, wärst du gerne Lions-Spieler heute Abend hier? Wenn, dann Amundra St. Browns. Der wird hier leider aber auch ausgepfiffen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt ganz in Ruhe an. Wo bist du sitzen? Also ich versuche natürlich hier bei dir stehen zu bleiben, darf ich aber wahrscheinlich nicht. Nein. Deswegen, ich glaube, keine Ahnung, ich habe ja so einen Pass. Ich werde versuchen, einen sehr, sehr guten Platz mir rauszusneaken. Nice. Rudi, es hat mich sehr gefreut. Ja. Das war eine große Ehre. Bring your friend to Workday. Wir sehen uns später. Vielen Dank und ab nach Köln. Also. Dankeschön. Mark Forster, viel Spaß beim Spiel. Vielen Dank.